Musik Direkt für das Petra Rosner Girls Team wünsche ich mir eigentlich, dass die Mädchen sich intensiv Mühe geben, trainieren, alle ihre Kraft einsetzen. Denn der Erfolg ist nicht so schnell gebracht. Das braucht Zeit, das braucht manchmal auch Jahre. Und das Endziel, was sie erreichen wollen, ist ja möglichst mal ganz oben auf das Treppchen zu stehen. Und das erreicht man mit vollem Einsatz.